Hier, unweit von hier, gefühlte 5 Kilometer, aber wohnt jetzt in St. Ingbert-Hassel. Einen großen Applaus an den Keyboards, Miss Carina Peitz, hier schießt! Ah Carina, du hast schon Fans, merkst du? Die Leute stehen schon jetzt auf dich. Oh, ein neues Outfit, Mann, sieht das scheißgeil aus, leckt mich am Backe. So, ich bin mal ein schönen Chord, komm, haus raus. So, wir haben noch Pfälzer in der Band. Wir call him long hair hippie, er kommt aus Ohnbach. Er sieht ein bisschen aus wie der Typ da aus Mannheim, ja, ihr kennt ihn. Am Bass aus Ohnbach, für euch, heute, hier in Oldweiler, Sven Sommer, Blaus. Ah Sven, siehst du gut aus. Coole Haare. Ihr könnt euch ruhig auch noch ein bisschen näher kommen, ja, wie dieser junge Mann hier, hier, Oskar. Komm mal ein bisschen näher, komm. Komm mal ein bisschen näher, damit wir dieses Feeling kriegen. Okay, servus, dich kenn ich. So, und dann, wir haben zwei Pfälzer, ja, noch einer. Er kommt aus Landstuhl, dort wo gefühlte 20.000 Amerikaner wohnen. Für euch, heute, an der Gitarre, Olli Abt, hier ist er, Olli Abt. Applaus. Yeah, Olli. Ich finde auch, dass Olli den coolsten Bart hat von uns allen, also, Carina, du bist raus. So, und, wir haben auch Franzosen in der Band, also vielmehr einen. Wir haben ihn letztes Jahr entdeckt, vor ziemlich genau einem Jahr, und seitdem ist er fest bei uns dabei. Er rocht die Bude am Saxophon aus Vorbach. Großen Applaus, Mr. Franck, an Salone. Yeah, Frank, looking good. Das coole ist beim Frank, und ich, ich spreche kein Französisch, er kein Deutsch, also reden wir Englisch. Frank, I have to learn French, sometime, next year, okay? So, dann machen wir Lady Second, er kommt from Orlando, ja? Heute, hier, ich glaube, das erste Mal für ihn überhaupt, hier in Othweiler, from Orlando, Mr. Rodney Moore in the house. Here he is, Applaus. Yeah. So, Rodney, how do you like the crowd? You like it? I like it. I like it, yeah. Yeah, if you can hear me, wave your hand back there. Yep, that's right. I like it, I like it. Show time. Rodney, I think they should come closer, huh? What do you think? I think they should come closer. Yeah, yeah. Okay, we need everybody to come on closer. Just come in a little bit closer. It's okay, it's okay. I need you. We need you. Come in a little closer. That's it. Come on, come on, come on, come on. Listen, keep going, keep going, keep going. Good, good, good. Okay, so, that's, that's, it's going to be hard. Okay. Okay, so, and last but definitely not least, für uns heute hier, sie kommt eigentlich from North Carolina und sie wohnt jetzt in Saarbrücken, das ist der Hammer. Wir haben sie auch vor kurzem erst entdeckt und sie ist heute zum ersten Mal hier in Ottweiler. Einen großen, unfassbar großen Applaus für Daniel Graves in the house. Daniel Graves. Alright. Yeah. Daniel, how do you like Ottweiler? I love it. It's beautiful. You love it? It's beautiful, huh? It's great. Great son. Nice people. I think they're far away. Okay. So, have fun with us. We have fun with you. We are the Soul Family. We rock until 24. It's all. We give it all for you. Thanks. Thank you. Alright, y'all. It's showtime. Let's get it on. Let's get it on. Come on. Come on. We're gonna be doing this all night. If you feel the groove and you see you moving, let's take it on with a brick house. Hey! Oh, here we go. Oh, she's a brick house. She's mighty, mighty. Just letting it all hang out. She's a brick house. She's a brick house. She's a brick house. She's mighty, mighty. Just letting it all hang out. She's a brick house. That lady's sack. And that's a fact. She ain't hold nothing back. Now she's a brick house. Now she's the one. The only one. It feels like an Amazon. The clothes she wears. Her sexy ways. Makes sense. Old men wish. For younger days now. She knows she's built. And knows how to please. Shout out to my sister. And do it. Now she's a brick house. Now she's mighty, mighty. Just letting it all hang out. She's a brick house. That lady's sack. And that's a fact. She ain't hold nothing back. Now she's a brick house. She's a brick house. She's mighty, mighty. Just letting it all hang out. She's a brick house. That lady's sack. And that's a fact. She ain't hold nothing back. Now she's a brick house. I said, she's the one. The only one. It feels like a damn. So take it off, baby. Hey! 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 Musik 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 Das war's für heute. Shake it down, shake it down now Hey, hey, she's a Brick House She's mighty mighty, just lettin' it all hang out She's a Brick House Das ist Brickhouse für die Kommodoren. Das ist für Rodney.